So, mit diesem letzten Musikvideo anlässlich zu diesem Jahresabschluss für mein sehr erfolgreiche Jahr 2023, das natürlich ohne euch nicht möglich gewesen wäre, das ohne deine liebe Mami, liebe Papi, liebe Geschwisterte von mir nicht möglich gewesen wäre und auch dank dem Hofwerk und dem Buchwedli nicht möglich gewesen wäre und allen anderen Freunden und Freundinnen von mir wäre das nicht möglich gewesen. Darum habe ich gedacht, um dieses Jahr abzuschliessen und euch an allen einfach mal Danke zu sagen, spiele ich jetzt für euch das Lied «Ciao d'amore» von den Klosterthalen. Viel Spass! Lied besagt Musik 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 Also in dem Sinn wünsche ich euch recht schönes, schönen Silvester, guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf viele neue Erlebnisse und gemeinsame Zeit mit dir, Mami, mit dir, Papi, mit dir, meine lieben Geschwister und vor allem auch mit meinem Musiklehrer als im Unterricht. Ok, tschüss und klutscht gut, tschüss.